So, herzlich willkommen zum zweiten Tag unseres Ballspiel-Symposiums. Ich hoffe, Sie haben alle gut geschlafen. Falls nicht, sind Sie jetzt hier genau am richtigen Ort. Falls nicht, haben wir hier genau den richtigen Mann, der Sie jetzt wieder auf Trab bringt, und zwar nicht nur körperlich, sondern auch geistig mit einer Stunde Live-Kinetik. Bitte begrüßen Sie mit mir den Referenten, Dr. Weiß. Ich bin verkabelt. Einen wunderschönen guten Morgen. Für die, die hier so ein bisschen abseits stehen, einfach reinkommen hier in die Halle, in die Mitte rein. Für die, die sitzen, bitte aufstehen, er hat genug geregelt. Für die, die oben sitzen, bitte runterkommen. Live-Kinetik ist was zum Mitmachen, für jeden in jedem Alter nicht gefährlich, und jeder kann davon profitieren. Kommt einfach ein bisschen vor. In der Schule ist es auch so, in der letzten Reihe ist es immer am besten. Ihr kommt auch noch ein bisschen ran hier. Die Kamera stört nicht. Es kommt alles in YouTube und wo auch immer. Kommt noch ein bisschen her. Kommt noch ein bisschen her. Jeder hat zwei Bälle. Jeder hat zwei Bälle in der Hand. In roten und gelben. Kommt noch ein bisschen rein. Kommt noch ein bisschen rein. Ich lade euch ein, heute zu einer Stunde Live-Kinetik. Ein bisschen Theorie, ein bisschen ein paar Hintergrundinformationen, damit ihr mehr wisst, was, um was es eigentlich geht. Aber ich möchte euch auch die Möglichkeit und die Chance geben, eure Grenzen kennenzulernen. Ein Satz vorweg. Live-Kinetik ist eine völlig deutsche, untypische neue Bewegungsform. Weil man profitiert nur dann von Live-Kinetik, wenn man das tut, was man kann. Wir Männer sind ja eigentlich sowas von ehrgeizig, dass wir alles können wollen. Und das ist das Negative an Live-Kinetik. In dem Moment, wo ich es kann, muss ich was Neues machen. Okay. Ihr nehmt einen Ball. Von mir ist den roten und den gelben. Ihr braucht ein bisschen mehr Platz. Kommt rein. Kommt rein. Ich beiße nicht. Ich beiße nicht. Alles. Ein Ball einfach so schornieren. Okay. Ihr geht einfach mit mir mit. Okay, super. Das klappt schon ganz gut. Ups, hier muss ich ein bisschen weg. Jetzt seid ihr alle wach. Jetzt sage ich das einfach. Weiterwerfen. Ihr nehmt jetzt mal die andere Hand. Die andere Hand. Ihr müsst so ein bisschen zu mir stehen. Also Blickrichtung in die Wand hier. Blickrichtung hier. Okay, weiter geht's. Okay, super. Jetzt gucken wir mal, ob das Hirn schon ein bisschen wach ist. Rechts, links, vorn, hinten. Das gilt für euch. Ja, rechts, vorn, links, vorn, hinten, rechts, links. Okay, so stehen bleiben. Blickrichtung zur Wand. Das, was ihr jetzt gehabt habt, für rechts, links, vorn, hinten, zählt weiter. Ihr steht nur um 90 Grad verdreht. Okay, also rechts, also rechts ist weiter Topf. Vorne. Vorne. Links. Links. Gut, auch falsch. Ja. Rechts. Hinten. Hinten. Hey, ihr seid perfekt. Super. Dankeschön. Wieder Blickrichtung zu mir. Rot. Bis hier. Grün. Bis da drüben. Bis da drüben. Bis da drüben. Bis da drüben. Gelb ist hier. Blau ist hier. Okay. Immer weiterlaufen. Ein Glück, dass die Masse hilft. Herzlichen Dank. Okay, ihr könnt stehen bleiben. Ich brauche meinen Freund, aber wo ist er? Kommt ein bisschen ran. Ihr habt die ganze Nacht gelegen. Wir sitzen sowieso viel zu viel. Heute wird ja diskutiert. Das Sitzen ist das Rauchen der heutigen Zeit. Also, ich lade euch einfach ein, die Stunde ein bisschen aktiv mit mir zu gestalten. Ihr müsst ein bisschen rumrutschen, dass ihr gucken könnt. Kuschelt euch ein bisschen zusammen. Und wir machen immer wieder Breaks mit ein paar praktischen Teilen. Ich will ein bisschen was zum Gehirn sagen. Zu unserer Wahrnehmung. Was ist und was kann Live-Klinik bewirken? Welche Effekte gibt es denn? Und es geht im Prinzip in einer sehr, sehr spannenden Situation um unser Gehirn. Was es tut, was es im Prinzip leisten kann. Und wie es uns auch ab und zu ins Boxhorn jagt. Manchmal so. Könnt ihr das alle sehen? Ja. Ja. Das ist ein kleines Beispiel. Das ist ein kleines Beispiel. Das ist ein kleines Beispiel. Vielen Dank. Also, ihr seht, unser Gehirn, unsere Wahrnehmung, das ist auch ein Teil des Leitkönetikangebotes, die Wahrnehmung hinzukriegen, ist schon sehr, sehr, ja, manchmal in die Irre führend, aber eben halt auch eine ganz, ganz, ganz spannende Geschichte, sich weiterzuentwickeln. Für Schiedsrichter, für Trainer, für Sportler und das heißt im Prinzip, wir wollen die strukturellen, biochemischen und geistigen Bereiche optimieren, um im Sport und im Alltag besser klarzukommen. Wir sind einfach dem Faulheitsgen unterlegen und reduzieren uns immer mehr und dadurch wird unser Gehirn enger. Wenn ihr trotz der beiden Welle mal beide Hände verschränkt, das ist unser Gehirn, okay, habt ihr alle einfach die Gewohnheit gemacht, die man immer nutzt, jetzt mal andersrum. Ah, fühlt sich irgendwie blöd an. Irgendwie ist es komisch, die Arme gehören wir nicht. Also, das sind Dinge, die sich bei uns einschleichen und wir gucken, dass wir die Wahrnehmung, dass wir Gehirnjogging, also kognitive Aufgaben und Bewegungen miteinander verknüpfen, um mehr Leistung und Entwicklungsmöglichkeiten hinzukommen. Das ist unser Ziel. Unser Gehirn hat dabei im Prinzip viele Aufgaben und strukturiert ist es, dass es ungefähr 1200 bis 1500 Gramm wiegt. Auch wenn wir Männer etwas mehr haben, funktioniert es nicht besser. Denkt bitte dran. Wir haben ein gewisses Verhältnis zum Körpergewicht. Wir brauchen eine Menge Blut pro Tag. Wir brauchen auch Glykose und unseren Energiebereich. Wir brauchen sehr, sehr viel Sauerstoff, um zu funktionieren. Und 30 Prozent der täglichen aufgenommenen Kalorien verbraucht unser Gehirn. Für diejenigen, die unter Umständen abnehmen wollen, vielleicht ist das die Erkenntnis, warum Abnehmen im Schlaf funktioniert. Wer mehr träumt, arbeitet mit dem Gehirn mehr und nimmt schneller ab. Könnte vielleicht sein. Wir haben unheimlich viele Gehirnzellen, 100 Milliarden in etwa. Wir haben dazu noch unheimlich viele Synapsen. Und wir könnten mit unserer Kapazität den Sternenhimmel, jeden Stern einen Namen geben, ohne dass unsere Kapazität erschöpft wäre. Eine unvorstellbare Möglichkeit. Und ja, wir sagen häufig, wir nutzen nur 10 Prozent. Das ist alter Kaffee. Nein, wir nutzen sehr, sehr viele unterschiedliche Situationen. Aber wir haben natürlich noch Potenzial nach oben. Ein so kleines Neubohnen kann zwischen 10 und 800 Verbindungen knüpfen. Und das heißt, wir haben eine unheimlich hohe Anzahl an Kontaktstellen, die möglich sind. Das heißt im Grunde genommen, wenn wir lernen, wenn wir gehen lernen, wenn wir Fahrrad fahren lernen, wenn wir schwimmen lernen oder was auch immer, sucht unser Kopf, unser Gehirn im Prinzip die entsprechenden Synapsen, die verschaltet werden müssen, um das zu können. Und die bleiben dann, der Trampelfahrt ist da, Fahrradfahren vergesse ich nicht, verliere ich nicht, ja. Und im Prinzip blockieren die dann aber andere Dinge. Dieses wieder zu öffnen, dieses wieder aufzumachen, Ungewohntes zu tun, ist eine der Ideen von Live-Genetik. Dazu haben wir im Gehirn noch im Prinzip eine enorme Geschwindigkeit, 400 Stundenkilometer, eine enorme Leistung. Was unser Gehirn so alles macht, könnt ihr vielleicht an diesen Bildern erkennen. Wie rum dreht sich die Frau? Rechts. Alle einverstanden? Links. Also jeder von uns sieht es irgendwie anders. Der eine sagt, es geht rechts rum, der andere sagt, es geht links rum. Ja, ich kann das sogar tanzen lassen. Kannst jemand hin und her bewegen, die Frau? Schafft man das? Wie geht's? Geht halt hin und zurück, ja? Wenn man oben rechts und oben links in die Ecke guckt und peripher die Frau beobachtet, und dann oben hin und her springt, kann man sie tanzen lassen. Eigentlich nur eine Illusion, nur eine Wahrnehmung. Diese Punkte bewegen sich eigentlich nicht. Nur unsere Wahrnehmung sagt uns, dass sie aufblitzen und wieder weggehen. Diese Linien sind rechts gebogen oder links gebogen? Die sind gerade. Das ist ein Viereck, ein Quadrat, ein Kupus oder viele Punkte. Je nachdem, was wir sehen. Männer sehen hier in allgemein eine junge Frau, andere eine ältere Dame. Und wir Männer sehen natürlich den Saxophon-Spieler hier. Selbstverständlich. Welche allgemeinen Wirkungen haben wir denn von Live-Kenedik? Und dann gehen wir auch gleich schon in eine der ersten Übungen ran. Wir haben Stressreduzierung. Das Gehirn muss sich mit ganz anderen beschäftigen und ist im Grunde genommen dann auch wieder frei für andere Dinge. Man kann sich besser konzentrieren. Man hat eine erhöhte Aufnahmekapazität. Man nimmt viel, viel mehr und viel, viel schneller wahr. Man hat durch die körperliche Bewegung Entspannung, man hat mehr Selbstbewusstsein und selbstständiges Arbeiten und die Produktivität nehmen zu. Die Bausteine sind auf einmal Trainingslehre, Bewegungslehre, sind auch zweitens die funktionelle Anatomie. Ich muss wissen, was ich mit dem Körper tue. Moderne Gehirnforschung und nicht zu guter Letzt funktionelle Optometrie. Das heißt zum Beispiel, dass ich auch im Sport, an der Stelle sei erwähnt, dass der Entwickler der ganzen Geschichte Horst Lutz ist. Horst Lutz kommt von 1860 München, hat sich jetzt selbstständig gemacht und trainiert im Prinzip fast in allen Bundesliga-Klubs. Mit den Top-Mannschaften und auch mit den Nachwuchsmannschaften, mit seinem Trainerteam, um hier im Grunde genommen die optimale Situation für die Sportleiterentwicklung herauszuholen. Funktionelle Optometrie ist zum Beispiel auch so ein Thema, das dominante oder das nicht-dominante Auge zu erkennen. Wer kennt sein dominantes Auge? Von ein paar. Die anderen, wollt ihr es wissen? Was es hilft? Ihr sucht euch an der gegenüberliegenden Wand einen kleinen markanten Fleck. Die neuen zum Beispiel oder das S von der Sparkasse da oben. Das ist die Sparda-Bank, ich weiß. Den Basketball-Korb oder sowas. Ihr legt, müsst ihr die Bälle kurz einstecken oder weglegen. Nehmt beide Arme gestreckt, legt sich so übereinander die Hände, dass ihr so ein kleines Dreieck von 4x4, 5x5 Zentimeter habt. Dann stellt euch gerade hin, ihr schaut einfach auf euer ausgewähltes Punkt, auf das Logo oder sowas. Nehmt beide Arme hoch und guckt auf diesen Punkt. Ihr müsst sie mit beiden Augen sehen. Wenn ihr das habt, schließt ihr im Prinzip ein Auge, bleibt der Punkt, es ist euer dominantes Auge. Schließt das andere, bleibt der Punkt, ist das euer dominantes Auge. Das heißt, dieses Auge führt eure Bewegung. Wenn ich jetzt zum Beispiel Sportler bin und beim Fußball an der Außenlinie rechts arbeite und mein Auge rechts ist dominant, habe ich natürlich schon bei einer hohen Unterschiedlichkeit Probleme, alles das, was auf dem Spielfeld ist, sehr, sehr gut kennenzulernen. Also muss ich dort trainieren. Felix Neureuther ist die ganze Zeit vor 5, 6 Jahren immer wieder auf eine Seite eingefädelt bei seinen Läufen. Bis er mit Horst Lutz gearbeitet hat und dann im Prinzip festgestellt hat, dass das sein dominantes Auge einfach auf der anderen Seite ist. Er hat dann Livekinetik trainiert und ist heute, denke ich mal, ein Stückchen weiter gekommen. Leider ist es so, wie im Livekinetik, wie in allen Dingen, man muss am Ball bleiben. Deswegen habt ihr auch den Ball schon mal bekommen, um auch später am Ball zu bleiben. Das heißt, flexible Körperbeherrschung, kognitive Fähigkeiten und sensorisch-visuelles System werden genutzt. Dazu brauchen wir jetzt mal die zwei Bälle, um mal zu gucken, wie ihr aussieht. In der flexiblen Körperbeherrschung, beide Bälle hochwerfen, 10 cm ungefähr, und wir fangen. Vorne an der Tür gibt es noch Bälle, falls jemand keine hat. Herr Schoch, irgendwann heute Nachmittag findet eine Rückenschule statt, für wichtiges Bücken und Trag. Das ist falsch. Gut, klar, was habe ich vorhin gesagt zur Livekinetik? Im Grunde genommen haben wir was, kann wechseln. Das Nächste. Das Nächste ist, wir werfen Sie weiter hoch. Ich rufe rechts oder links. Wenn ich rechts rufe, fliegt der rechte Ball doppelt so hoch. Wenn ich links rufe, fliegt der linke doppelt so hoch. Weiter geht's. Ich habe immer beide Bälle. Okay, rechts. Beide fliegen. Beide fliegen. Links. Rechts. 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 Bälle wieder aufheben. Ich habe jetzt gerade von den Damen hier so einen kleinen Ruf gehört, auch schon wieder rechts und links. Da mag ich nicht so. Wir können das ändern. Wir nehmen nicht mehr rechts oder links, wir nehmen einstellige Zahlen. Die gerade Zahlen, 2, 4, 6, 8, sind im Prinzip links. Die ungeraden Zahlen, 1, 3, 5, 7, 9, sind rechts. Weiter geht's. 4, 7, 9, 2, okay, super. Wenn ihr ein bisschen eng steht, kommt ruhig ein bisschen rein, ihr habt Platz, ich beiße nicht. Könnt euch verkeilen. Wir brauchen heute sowieso noch die ganze Halle. Um eine kleine Erklärung zu geben, wie Live-Kinni-Dig weitergeht. Wenn diese Übung jetzt von vielen beherrscht wird, dann geht es zum Beispiel so weiter, dass der Partner, der Trainer oder wer auch immer, dann nach 5 Zahlen ungefähr ruft. Und wie war die Summe? Also, entscheiden, was muss ich machen, überlegen, reagieren und auch noch im Kopf mitarbeiten. Kommen wir gleich noch dazu, wie das wirkt. Jetzt ist es so, mit den Zahlen ist es so ein Problem, mit rechts und links ist es so ein Problem. Wir nehmen einfach mal Landtiere und Wassertiere. Landtiere sind rechts, Wassertiere sind links. Auf geht's. Hund. Katze. Pferd. Wal. Delfin. Sehr schön. Okay, ihr merkt, es geht mit dem Kopf weiter, es geht immer im Kopf los. Wir müssen noch was machen. Wir können wieder noch ein bisschen reinkommen. Ich erkläre noch ein paar andere Dinge. Kurze Pause. Also, Bewegungswechsel ist eine Situation. Die wir im Prinzip einstudieren. Bewegungskette ist eine Situation. Und Bewegungsfluss. Also eine Bewegung machen, die nicht unterbrochen werden darf. Zum Beispiel ein Tuch schwingen und dem Partner einen Ball zuwerfen. Ich klicke zurück. Und beim Fußball ist es dann noch mit dem Fuß dazu. Also drei verschiedene Sachen. Wir können im Prinzip die Bewegungskette noch gleich machen. ganz einfache Übung. Wir werfen die Bälle hoch. Und die Kette heißt im Prinzip, wir werfen einen Pfann und überkreuzen die Arme dabei. Ganz einfache Übung. Ganz einfache Übung. Okay, mal ganz kurz Stopp. Ganz kurz Stopp. Muss ich nochmal erklären, ich hab's zu schnell vorgemacht. Ich hab nicht so gezeigt. Und ich hab auch nicht so gezeigt. Oder sowas. Sondern ich nochmal hoch und runter werfen. Also hochwerfen, fangen. Hände kreuzen. Hände kreuzen. Hände kreuzen. Hände kreuzen. Ja, dann können wir tauschen, wenn die unterschiedlich schwer sind. Besser. Zeig mal. Okay, es liegt nicht an den Bellen. Es liegt definitiv nicht an den Bellen. Ich erklär gleich, warum das uns so viele Schwierigkeiten macht. Und zwei Sachen sind jetzt eigentlich aufgetreten. Erstens, euer Gehirn, wenn man euch in die Gesichter geguckt hat, hat gearbeitet wie Zauber. Wieso kann ich das nicht? Bin ich denn der Gott? Was ist jetzt hier eigentlich los? Wie kriege ich das hin? Und ohne, dass ihr denkt, wie kann ich das machen, arbeitet das Gehirn schon. Das sucht schon wieder den Weg. Das sucht die Synapsen. Woran liegt das? Wie kann ich das lösen? Und so weiter und so fort. Das Zweite ist, ich habe keinen gesehen, der nicht gelacht hat. Entweder über den Partner. Ach, Gott sei Dank, der stellt sich genauso an. Oder aber über sich selber. Und was passiert beim Lachen? Wir schütten Dopamin aus. Es macht Spaß. Und ich kann viel, viel besser lernen und mich weiterentwickeln. Was die Grundlage ist? Einmal das synaptische Modell. Es ist nur ein Modell und es stimmt mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen in der Hirnforschung nicht mehr überein. Aber wir bedienen uns einfach diesen Modells. Wir haben eine rechte und eine linke Seite. Das hat euch jetzt eben Schwierigkeiten gemacht. Weil rechtes Auge sieht rechten Arm auf der linken Seite und sagt, der gehört da gar nicht hin. Also das sind im Prinzip die rechte, die linke Seite, die obere und die untere Seite und vorne und hinten. In diese acht Oktanten, die dadurch entstehen, unterteilen wir die Trainingsaufgaben. Aber unser Ziel ist es jetzt, mit allen uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zu gucken, ah, das kann er, gut, okay, dann ist es nicht so schlimm. Jetzt müssen wir eigentlich die untere Seite mit dazunehmen und wir nehmen im Prinzip Steps dazu. Wir gucken halt, wie wir das jetzt hinkriegen. Wenn ich die untere Seite dazubehoben habe, könnte ich halt wieder irgendeine kognitive Situation mit dazunehmen. Das heißt, wir haben einmal die Lateralität seitlich, linken und rechten die Hirnhälfte. Wir haben die Bewegungsmittellinie, vordere und hinterhirn und wir haben eine Zentrierung mit den Körperhälften, oberer und unterer Gehirnbereich. Hier gehen wir mit bestimmten kognitiven, motorischen und visuell wahrnehmbaren Situationen einher. Wir gucken im Prinzip, wie wir bestimmte Dinge zu den einzelnen Oktanten zuordnen können und dann zusätzlich zu einer motorischen Aufgabe abrufen. Viele aus dem Sportbereich sagen, ach, reißgenedig ist doch auch nur Koordinationstraining. Nee, das Hirn muss mit dazu. Das Hirn ist ganz, ganz wichtig. Wir haben eine Fokussierung, vorne und hinten, das ist zum Beispiel aktives Denken oder die Intuition oder die Wahrnehmung, Ausdruck. Und wir haben die Zentrierung, auch hier Kontrolle, Planung, Denken oder Gefühl und automatische Automatismen und Reflexe. Wie funktioniert das Zusammenspiel der Gehirne? Schaut ihr? Wir müssen herkommen, ich kann es nicht lauter machen. Kurzschlüsse zieht auch Ihr Gehirn ständig. Ganz ehrlich, sind Ihnen die leeren Bierflaschen auf dem Kühlschrank in meinem Kreuzweiteratel? Beim Video kommt ja alle. Finden Sie meine Höhle vielleicht auch ein bisschen rund? Fühle ich Ihnen eher sympathisch oder suspekt? Auch wenn Ihnen gerade nichts schwindelig ist, während Sie in diesem Programm zuschauen, verarbeitet Ihr Gehirn weit mehr Informationen als Ihr Bewusstsein. Jeder von Ihnen sieht und hört etwas anderes, nämlich das, was Ihr Gehirn aus den eingehenden Signalen herausfiltert. Natürlich arbeiten dieselben Filter auch in meinem Kopf und Sie können sich das anschauen, weil man mich für diese Reihe in einen Tomografen geschoben und die Daten animiert hat. Was Sie sehen, ist also wirklich mein Gehirn. Mein Rückenmark endet im Stammhirn, darüber der Knobel meines Kleinhirns, darüber die Großhirnrinde, sitzt meines Bewusstseins und im Inneren das limbische System, sitzt meiner Gefühl. Aus dem Stirnlappen der Großhirnrinde kommen alle Ideen, Pläne, komplexe Sprache und mein Gewissen. Teile des Schläfenlappens verwalten mein Landzeitgedächtnis und sagen mir, wer ich bin. Der Scheitellappen koordiniert gezielte Bewegungen. Hinterhauts und Schläfenlappen analysieren, was ich sehe und höre. Was man neurobiologisch herausgefunden hat, ist, dass Kreativität im Wesentlichen eine Funktion von neuronalen Netzwerken im Stirnherren ist. Und dass diese Netzwerke sehr stark den anregenden Stoff Dopamin abhängen. Je höher der Dopaminstoffwechsel in diesen Stirnherren-Netzwerken, desto kreativer werden Leute. Das lässt sich relativ einfach erklären, dadurch, dass diese Stirnherren-Netzwerke Zugriff zum Landzeitgedächtnis haben, das woanders im hinteren Teil des Gehirns sitzt. Das heißt, Ideen, Inhalte, Vorstellungen, die vorher unverbunden waren, werden jetzt im angeregteren Zustand zusammengekommen. Ideen, die niemand vorher gedacht hat, werden jetzt getrunken. Ob Tierfiguren oder Gitarrenwurst, letztlich bestimmt unser Gehirn, wofür wir uns begeistern. Oder nicht. Denn es kalkuliert immer voraus, ob sich die Mühe überhaupt lohnt. In meinem Gehirn ist es wie bei Ihnen, Tief im Inneren meines Stammhirns sitzen zwei Strukturen, die die Kreativabteilung in der Großhirnründe mit einem Aufputschmittel auf Trab bringen. Dopamin. Je mehr davon Sie ausschütten, desto quirliger werde ich. Dopaminentzug dagegen macht mich antriebslos. Mit einem Botenstoff prägen diese beiden Strukturen also meine Kreativität und meine Persönlichkeit. Dabei kannte ich bis jetzt nicht mehr ihren Namen. Substantia Nigra und Ventrales Tecventales Areal. Dieses Ventrales Tecventales Areal, das ist sehr interessant, ist gleichzeitig unser Belohnungsregistriersystem. Das schüttet immer Dopamin aus, wenn eine Belohnung erwartet wird. Und Kreativität tritt immer dann auf, wenn eine Belohnung welcher Art auch immer zu erwarten ist. Dann kommt der Dopaminsturz. Das heißt, ich bin in Gefahr und wenn ich jetzt sehr kreativ bin, dann überlege ich mir, wie ich aus der Gefahr rauskomme. Und ich will einen Nobelpreis haben und dann überlege ich mir, wie ich den besten kriege oder wie viel Geld verdiene oder ich will eine tolle Information schreiben. Und dann kommt, je nach Begabung, der Dopaminstoß und dann fangen meine Netzwerke an, Dinge zu tun, wie sie vorhin nicht getan haben. Also, Dopamin, eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Die Damen wissen sicherlich besser als ich, aber ich bin auch eine Naschkatze, wie man Dopamin auch kriegt, man belohnt sich einfach mit Schokolade. Das ist halt für den Hüftkartell immer so ein bisschen eine Problematik. Natürlich ist das so eine Situation, mit der wir da einiges machen können, aber im Prinzip, Bewegung fördert unsere Intelligenz, Bewegung macht Spaß, verbessert im Prinzip unsere ganzen Situationen. Und ja, auch bei der Situation, wo wir doch viel mit unseren Jugendlichen jetzt auch intensiv arbeiten, ist es eine gute Voraussetzung und eine gute Möglichkeit, Erfolge, Belohnungen und sowas auf andere Ebenen zu spielen oder zu spiegeln. Also ein hoher Dopaminspiegel fördert gutes Lernen, fördert mehr Kreativität, ungewohnte Bewegungsaufgaben zu lösen, den Wechsel, sobald Routine auftritt, hinzukriegen und Spaß haben wir dabei auch. Das ist im Prinzip nichts anderes als Live-Kinetic. Ihr braucht einen Partner. Sucht euch einen Partner. Wir zählen nicht ab. Ihr solltet ungefähr drei Meter auseinanderstehen und ihr braucht nur einen der vier Bälle. Janis, Janis, was ist das? Janis, ist nicht der emotional. Okay, eure Aufgabe ist folgende. Ich zeige es mir, Janis. Wir werfen uns den Ball zu. Ich rufe rechts oder links. Janis ist Handballer. Er fängt den Ball mit rechts oder links und rechts und rechts und rechts. Okay. Wir haben wieder das Lachen, wir haben wieder den Spaß. Das war super, aber ihr kommt natürlich ein bisschen in den Schwulgeben, weil ihr seid einfach zu eng. Wir haben die ganze Halle. Macht euch ein bisschen Platz, damit ihr nicht rechten, links neben euch hört. Verteilt euch ein bisschen, ihr hört mich auf jeden Fall. Ich bleib bei euch und macht mal weiter. Rechts und links bleibt bestehen. Okay, danke schön, erstmal zwei, drei Sachen, wenn ihr die Übung korrekt machen wollt. Hallo, hallo, hallo. Es sind relativ viele. Wir kriegen ein bisschen besser hin, wenn ihr aufs Kommando hört. Lieber ein Pfiff. Ich habe leider keine Grillerfeifen dabei, weil ich weiß, es sind viele Schiedsrichter unter uns. Das würde vielleicht dann besser funktionieren. Einfach aufhören und dann. Es kommt noch genug Spaß dabei. Also, eine Sache nochmal. Rechts und links ist entscheidend. Das ist wichtig, aber jetzt bitte nicht springen, sondern wirklich aktiv das eine Bein nur nach vorne setzen. Das ist deswegen wichtig, weil wir die Lateralität brauchen. Wenn ich jetzt springe, habe ich den Impuls auf beiden Beinen. Ich brauche ihn aber im Prinzip diagonal. Und da das jetzt im Prinzip für viele schon wieder viel zu einfach war, nehmen wir die Zahlen von vorhin. Ihr müsst noch nicht rechnen. Kommt später. Ja? Also, einstellige Geradezahlen, so 4, 6, 8, sind links. 1, 3, 5, 7 und 9 sind rechts. Das hat einen Grund. Auf geht's. 2, 3, 2, 3, 4, 3, 3, 4, 5, 6, 7 und 5. Okay, auch hier sehe ich wieder unheimlich viele Gesichter, dass der Computer rattert, der rattert und rattert und rattert. Aber es geht mir heute auch eigentlich darum, dass ihr im Grunde genommen diese Levels alle durchgeht und so. Ich will es euch nur mal zeigen, was alles kommen kann in so einem Kurs Live-Genedik, der so etwa eine Stunde geht und einmal pro Woche mindestens so gemacht werden muss, dass die Synapse blüht. Oder die Synapsen blühen. Wir nehmen die Landtiere und die Wassertiere. Und ihr achtet bitte auf Folgendes. An welcher Stelle, an der ersten schon, an der zweiten, dritten, vierten oder fünften fallen euch keine Tiere mehr? Achtet mal drauf. Also Landtiere rechts, Wassertiere links. Und ihr sollt nicht musen, Wassertiere. Okay. Ein Glück ist das ja bei uns, dass so viele ringsherum sind und man Beispiele hört. Auf die man zurückgreifen kann. In aller Regel ist nach zwei, drei Sachen Schluss. Habt ihr noch eine Stufe? Okay. Erstens nochmal bitte dran denken, nicht springen, ja? Wir nehmen vier Kommandos ins Repertoire. Rechts und links. Und wir nehmen die Zahlen dazu. Ihr dürft nur ein Kommando rufen. Entweder rechts oder links oder zwei oder sieben. Ja? Also ihr habt vier Kommandos. Wenn ich jetzt zu dir den Ball werfen würde und ich würde sagen rechts, dann zählt das für die Hände. Rechts fangen, links vorstellen. Links fangen. Wenn du rufst zwei, wenn ich rufe zwei oder sieben oder so, was heißt das? Zwei, äh, links. Linkes Bein vorstellen, rechter Hand fangen. Und dann noch eins. Bitte nicht so. Rechts. Auf geht's. Probier's mal aus. Auf geht's. Das war's. Achtung Bälle. Okay, super. Nein, wir legen noch einen, legen wir noch drauf. Einer geht noch. Und was ist das Gute von? Dein Profit ist super, weil du das machst, was du nicht kannst. Dein Gehirn arbeitet wie Zau. Also, ihr nehmt bitte alle vier Bälle und einer nimmt alle vier Bälle. Wir nehmen eine ganz einfache Version wieder und zwar die Version mit den Zahlen. 2, 4, 6, 8, 1, 3, 5, 7, 9. Ein Partner wirft in schneller Folge die vier Bälle. Wenn ihr die Bälle fangt, lasst ihr sie fallen. Fangt den nächsten. Fallen lassen den nächsten. Fallen lassen den nächsten. Vier Stück sind es nur. Der eine ruft die Zahlen, der andere reagiert richtig. Und der, der richtig oder falsch reagiert, manchmal ist es auch falsch, aber egal, sagt am Anschluss nach den vier Bällen die Summe. Werfen, rufen, richtig fangen, zählen, summieren. Einmal jede Ruppe. Kommt wieder mal ein bisschen zusammen, bitte. Kommt wieder mal ein bisschen zusammen. Oh, 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 oh. Kommt mal bitte wieder zusammen. Also das war, das ist nur ein kleiner Ausschnitt, wo das hingeht, wenn ich irgendwie ein Level erreicht habe. Wenn ich irgendwas geschafft habe, wenn ich so sechs bis acht Wiederholungen richtig mache, dann geht es sofort in die nächste Übung. Weil wir profitieren nicht mehr davon, wenn wir das tun, was wir können. Wichtig ist nochmal eine ganz kleine Situation. Wir sind in der Lage, ungefähr pro Einheit sieben plus minus zwei Reize aufzunehmen. Mehr nehmen wir gar nicht wahr. Und es ist für uns unheimlich wichtig, dass wir schnell aus dem Ultra-Kurzzeit-Gedächtnis was nach hinten schieben können. Weil wir, wenn wir viele Sachen sehen mit Stämmen und Blättern drauf, dann wissen wir, dass es ein Baum ist, dann muss es raus, damit ich auch noch erkennen kann, ist es eine Eiche oder ist es eine Buche. Und das ist im Prinzip so eine Situation, die ihr jetzt gemerkt habt, die man mit den Bällen, mit verschiedenen anderen Übungen so provozieren kann, dass ich da eben halt wirklich intensivst arbeiten muss. Und unser Gehirn arbeitet und arbeitet. Und wenn ihr hier erkennen könnt, wissen wir heutzutage nicht, warum wir eine Rechtschreibreform brauchen. Weil es ist ja eigentlich egal, wie ich schreibe. Stimmt, oder? Also, alles Blödsinn. Egal, wie man es schreibt, es funktioniert. Okay. Sehbereich ist noch ein Thema. Wir arbeiten sehr viel mit Augenklappen oder mit Binden. Um die Sensorik zu schulen. Wir arbeiten mit rot-grünen Bällen und im Prinzip einer rot-grünen Brille. Aus einem 3D-Duson, eine ganz kleine Plastikbrille, die sich da einsetzen lässt, um einfach diesen visuellen Bereich zu machen. Da gehe ich jetzt mal drüber hier. Wie profitieren wir davon? Natürlich, wie bei jedem Koordinationstraining auch, kann ich natürlich Energie- und Kraftaufwand sparen. Verbesserung der Gleichgewichtsfähigkeit. Ich lasse es einfach mal durchlaufen. Ich denke, es ist interessanter, vielleicht noch die ein oder andere Übung zu machen. In der Schule. Ich habe mit sehr vielen Schülern zu tun, die auch, wo die Eltern kommen und sagen, Na, könnte ADS sein, Konzentrationsschwierigkeiten oder sowas. Das sind natürlich so Dinge, die man da extrem verbessern kann. Ein Zehnjähriger trainiert mit mir, der sagt, da machen wir die Wassertier-Landtier-Aufgabe. Ich stelle ihm aber vorher noch eine Frage. Sagt mir einen Fußballspieler, welche Automarke, welche Hauptstadt oder was auch immer. Und da muss man immer bei der ganzen Übung die vorhergehende Frage beantworten. Und er schafft das mit zehn. Ich sagte, ich bin komm, wir können steigern. Also er sagt, er kann sich viel, viel besser konzentrieren und so weiter. Also alles Möglichkeiten. Im Beruf hilft es mir natürlich auch. Ja, ich kann schneller wieder umswitchen. Ich kann schneller umschalten wieder, wenn ich irgendwie gestört werde. Wenn ich andere Aufgaben machen muss. Also das ist wirklich eine Geschichte, die ganz, ganz gut ist. Wir haben viele Botschafter. Die im Prinzip von Leistgenetik und von dem Training auch profitieren. Es gibt drei Bücher aus der Serie jetzt. Ein Basisbuch. Eins von Felix Neureuther und eins, was sich speziell um den Bereich Fußball dreht. Wir haben im Prinzip sehr, sehr gute Resonanzen in diesen Bereichen. Der Herr Klopp, ich weiß nicht, das Video geht, glaube ich nicht. Gehe ich noch drüber, oder? Und wenn man richtig live kinderlich macht, kann man so das lesen. Sogar das lesen. Und das ist jetzt nicht mehr mit erste, zweite Buchstabe stimmt. Das ist schon faszinierend. Okay. Seid ihr bereit für die nächste Praxisübung? Okay. Bälle einstecken. Weil, die Bälle könnt ihr alle mitnehmen und üben. Bleibt am Ball, ja? Einstecken. Ihr sucht euch einfach eine Linie. Ich muss auch ein bisschen runterkommen. Ich hoffe, ihr seht mich. Sucht euch eine Linie. Ihr seid allein. Die Hände sich weg. Es gibt wenigstens. Soweit sehbar? Ja. Okay. Ich stehe neben der Linie. Und ich mache Sprungfolge. Und die Sprungfolge geht erstmal ganz, ganz einfach. Ich springe nach rechts auf ein Bein, nach links auf ein Bein. Ich lande beidbeinig. Hopp, 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 hopp. Hier ist das ja nicht weg. Also die Linie hat die gleiche. Okay. Sieht gut aus. Wichtig ist jetzt, dass ich jedes Mal über die Linie drüber komme und nicht in der Mitte bleibe und in Stadung fahre. Und wichtig ist jetzt nochmal, dass ich nicht bei dem Doppelsprung so hintereinander lande, sondern dass ich wirklich mit beiden Beinen gleichzeitig lande. So, nochmal probieren. Perfekt. Alles soweit dabei? Was ist das jetzt? Das ist unten. Gehirn unten. Wir nehmen Gehirn oben dazu. Das sind die Arme. Wir klatschen auf dem Oberschenkel von des Beines, auf das Bein, das landet. Sehr gut. Vielleicht ist das auch anders hin. Wir landen, wir schlagen auf das Bein, das nicht landet, außer auf beiden. Wenn beide landen, dann auf beide. Probiert es mal aus. Funktioniert auch. Ihr seid valentier. Respekt. Aber wir würden ein Armutszeugnis haben, wenn wir nicht einen draufsetzen können. Wir nehmen die erste Übung. Rechts, links, doppelt und schlagen auf den Oberschenkel, der landet. Okay? Soweit klar. Rechts, links, doppelt. Springen. Schlagen auf den Oberschenkel, der landet. Laut. In Dreierrhythmus. Nach oben zählen bis 60. Pro Schlag, pro Sprung eine Zahl. Bei drei, sechs, neun, zwölf. Merkt euch mal, wo er ausschreibt. Bei drei. Okay. Bleibt alles dabei. Alles bleibt. Und nur hoch zu den drei, sechs, neun. Genau, richtig. Okay, wer es geschafft hat, rückwärts. 60, wunder. Okay. Super. Zwei haben wir noch. Dann lasse ich euch zufrieden. Dann seid ihr aber auch wach für den Tag. Die erste Aufgabe ist, im Prinzip, ihr springt genauso. Wir nehmen keine komplizierteren Sprünge rein. Und ich sage euch, es gibt wesentlich kompliziertere Abläufe noch mit den Beinen und mit den Armen. Ihr nehmt einfach die Basisversion, rechts, links, doppelt, schlagen auf den Oberschenkel, der landet. Und ihr buchstabiert bitte euren Vornamen, Nachnamen und eure Straße, wo ihr wohnt. Otto. Ursprung ein Buchstabe. O-T-T-O. Also, um die äußerlichen Brunnen. Und ich sage euch, es ist auch ein Buchstabe. wir dann so, K-L-A-A, nee, doch nicht. Ihr seht, bei der Übung sagen manchmal Kosteinnehmer, in der Straße wohne ich schon seit 20 Jahren nicht mehr. Letzte Aufgabe in diesem Bereich, dann machen wir noch einen kleinen Smalltalk ein paar Fragen gerne. Wir springen wieder so, wir schlagen auf die Oberschenkel und wir zählen und buchstabieren nach oben. Das heißt 1, A, 2, B, 3, C. Gucken wir mal, wo ihr hinkommt. 26, Z wäre Schluss, ja. Okay, super. Kommt einfach wieder ein bisschen dichter zusammen noch. Einfach ein bisschen ranrutschen hier. Wenn wir solche Kurse im Kontext von Firmen machen, zum Beispiel eine Firma als SAP, wo die Mitarbeiter an solchen Sachen teilnehmen können, dann erklären wir Livekinetik im Prinzip ganz gerne so. Das ist, wir refrakturieren die Festplatte, wir erhöhen die Prozessorgeschwindigkeit und die Leitfähigkeit für unser System. Das sind so ein paar Ideen aus Livekinetik. Ihr seht hier die Ausstattung. Es gibt dazu noch dann Farbkarten, wo Blau, Grün, Rot, Gelb draufsteht, aber in einer anderen Farbe. Und ich entscheide, okay, ich muss mich auf die Farbe konzentrieren oder auf das Wort, was ich sehe. Viele solcher Accessoires werden hier eingesetzt und genutzt. Kann man Livekinetik lernen. Ja, man braucht auf der einen Seite einen kleinen Trainer, der ihnen das ein bisschen ordentlich beibringt. Man kann auch heutzutage Lizenzen machen. Auch an die Regionen hier die Möglichkeit, vorne liegen Informationen aus. Es gibt den Vereinscoach, es gibt den Kita-Coach, es gibt aber auch den Personal Trainer in diesem Bereich. Eine unterschiedlich gestufte Ausbildungsmöglichkeit. Auch eine Möglichkeit, wenn sich genügend Interessenten finden, so etwas hier vor Ort mal zu machen. Man braucht ungefähr vier Tage für die Gesamtausbildung. Man geht durch alle Bereiche, durch alle Übungsformen, durch alle Dinge durch und kann dann im Prinzip auch Livekinetik weiter in die Welt hineintragen. Man profitiert. Ich finde, eins habt ihr auf jeden Fall jetzt mitgenommen, ihr seid wach. Das Zweite ist, ihr habt eine Dreiviertelstunde gut gelacht und gut zu tun gehabt. Die Synapsen glühen ein bisschen und ich stehe ganz gerne an euch auch noch für Fragen zur Verfügung. nach vorne liegt ein Mikro, falls wir das nicht hören können. Feuer frei. Ja. Ab welchem Alter ist es bei Kindern sinnvoll anzufangen? Gibt es da eine Grenze? Ich würde sagen, Bälle fangen ist schon gut. Ja, und ich kann jetzt nicht sagen, fängt ein Junge ab fünf Bälle oder ab sieben erst. Das wäre im Prinzip so eine Möglichkeit. Ich kann das aber beim Kita-Coach auch adaptieren. Ich so aus dem Sport komme da nicht so ganz gut klar damit, bei mir müssen Bälle dabei sein. Okay. Noch Fragen? Ja? Bekehrt gibt es im Alter nach oben einstellbar, wo es nicht mehr so lernfähig ist. Nein. Nein. Bisschen so, Alter, das gibt es auch für Senioren in den Seniorenheimen. Der Vorteil ist im Grunde genommen, im Augenblick findet in den Seniorenheimen und in den Pflegeheimen so, okay, wir stellen dir mal ein Sudoku hin. Wir müssen mal ein Sudoku. Und das habt ihr jetzt, glaube ich, verstanden. Das ist nur die Hälfte der Wahrheit. Ich brauche die Motorik, weil unsere genetische Disposition ist noch Urzeitmensch. Wir sind nicht Kopfmensch. Und das heißt, ich brauche die Bewegung dazu. Natürlich gibt es auch koordinative Aufgaben mit einer Hockergymnastik und sowas. Aber insgesamt kann ich nur sagen, Hirnleistung, kognitive Leistung, Wahrnehmungsleistung plus Motorik ist der Schlüssel. Zusammen. Ja. Sind ja alle reine Bürositzstuhl-Tätigkeiten eigentlich kontra-produktiv, oder? Für unser Hirn. Ja. Ja, definitiv. Bewegungsmangel ist einer unserer Kinder. Deswegen, wir sagen ja, acht Stunden sitzen am Tag, kannst du auch eine Schachtel rauchen. Ja, das ist genauso. Ja, die Stärklichkeitsrate bei über acht Stunden verdoppelt sich. Und der Seite her, wir gehen als, ich habe selber ein Unternehmen, das im Betrieb, im Unternehmen sehr viel aktiv ist. Wir gehen rein, wir machen aktive Pause, wir holen die Menschen von den Schreibtischen weg und arbeiten mit Ihnen. Noch Fragen? Die Damen, alles möglich, außer rechts und links. Ich sage das andere links, ne? Das andere links, das geht ja nicht. Wie lange sollte man das trainieren? Man braucht im Prinzip eine Situation, dafür prädiere ich auch, dass man so zweimal 20 Minuten Blöcke macht, damit die Synapsen auch ins Glühen kommen. Wenn ich einmal so fünf Minuten so ein bisschen, habe ich vielleicht einen Break oder sowas, aber dann glühen die Synapsen nicht. Und das sollte man so zehn Wochen, eine Stunde lang machen. Dann kann man mal eine Pause machen. Nee, einmal in der Woche reicht. Ja, ja. Und dann im Prinzip wieder ansetzen, anderes Level nehmen, andere Aufgabenstellung nehmen. Aber ihr könnt auch jetzt schon anfangen, euer Leben im Grunde genommen als Trainingsfläche zu benutzen. Ungewohnte Dinge tun. Die Maus auf die linke Seite, Zähneputzen mit links, wenn ihr Rechtshänder seid. Ja? Mal balancieren, auf einem Bein stehen. Einfach mal Dinge tun, zu denen man sonst nicht kommt. In Firmen darf ich das immer nicht sagen, aber wir sind ja hier im privaten Bereich. Mal eine Treppe rückwärts runterlaufen. In der Firma kommt gleich der Arbeitssicherheitsinspektrum und sagt, oh, das geht gar nicht. Den Fahrstuhl nicht nehmen. Den Fahrstuhl nicht nehmen, richtig. Also hier einfach immer wieder Sachen ausprobieren, austesten. Das Gehirn und auch meinen Körper vor Herausforderungen zu stellen. Und wenn man es halt mal macht und es sieht kann, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn es nicht funktioniert. Ich darf mich recht herzlich bedanken, wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich darf das Wort nochmal an Herrn Schoch übergeben, der noch ein paar Organisatoren vorhin war.